Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian und das sind die Worte zum Freitag sozusagen. Ganz kurz, ich wollte euch was zeigen. Fatah, da steht da der neue ID.3. Und da steht da nicht nur, sondern, Moment, 1, 2, 3, da lädt er auch schon. Und lädt an, nein, nicht der E.ON E-Box, sondern der Zappi. Endlich kann ich das richtig nutzen. Und nein, in diesem Video geht es nicht darum, 1, 2, 3, so, dreh dich. In diesem Video geht es nicht darum, dass ich euch die Zappi erklären will oder dass ich euch den hundertsten Review vom ID.3 erzählen möchte, sondern einfach mal meine Gedanken über die ersten 24 Stunden in diesem tollen Auto und was vielleicht für Einsteiger, die ihr Auto auch abholen, zu beachten wäre. Gleich geht es weiter. Ja, dann herzlich willkommen hier aus dem ID.3. Und ich weiß, dass ich einen ganz besonders glücklich mache, nämlich den Steve, der endlich von mir Videos Wort zum Freitag bekommt aus einem Wagen, in dem es nicht so laut ist, in dem es nicht so rumpelt. Im Moment sowieso nicht, weil ich ja stehe und gar nicht fahre, sondern einfach, weil der Wagen natürlich ganz anders gedämmt ist und ganz anders fährt als der Citroën Cesero. Den haben wir übrigens immer noch. Der steht jetzt vorne auf dem zweiten Parkplatz. Den haben wir noch so lange, bis wir den Skoda bekommen. Ja, der Steve und ich, wir waren vorgestern am Mittwoch unterwegs hier vom Südwesten Berlin aus mit seinem Hyundai Ioniq Classic runtergefahren nach Dresden in die gläserne Manufaktur und haben dort vor genau 48 Stunden den ID.3 in Empfang nehmen können. Hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Wir hatten am Mittwoch ein fantastisches Wetter. Die Sonne lachte und wir haben viel Spaß gehabt, haben uns viel unterhalten. Nicht nur über Autos, sondern über alles Mögliche. Und das Ganze war wirklich ein tolles Erlebnis. Wir haben dann an der gläserne Manufaktur geladen dort, an dem Solarkarport. Wir haben dann das Auto entgegengenommen und wer dort schon mal ein Auto entgegengenommen hat, der weiß, was da so eine Show drum gemacht wird. Aber ich fand es ganz nett. Darf ja auch mal irgendwie sein. Ja, und dann haben wir uns gleich auf den Weg gemacht. Sind aber nicht straight zurückgefahren, sondern sind über Leipzig gefahren. Ihr habt vielleicht unseren Livestream dazu gesehen. Ansonsten verlinken wir den hier auch nochmal für euch, indem sich Steve und ich nochmal über das Thema Ladeinfrastruktur ausgetauscht haben mit euch. Was braucht man an der Ladeinfrastruktur? Was sollte dort vorhanden sein? Was braucht man unbedingt? Was wäre nett? Wir haben auch nochmal gesprochen über das Thema generatorgestützte Ladestationen. Dazu ist auch eine sehr intensive Diskussion entstanden. Danke dafür. Ihr könnt weiter in die Kommentare schreiben von diesem Video, was ihr davon haltet, wenn man eine Ladestation baut, die mit einem Generator angetrieben wird, die also vor Ort Strom erzeugt, bei der man also nicht unbedingt einen Anschluss an das Stromnetz braucht, sondern eine Station, die sich eben ihren Strom sozusagen selber macht. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Schaut doch nochmal bitte das Video, das wir gemacht haben zu ME Energy, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Ich will jetzt nicht über die ganze Rückfahrt erzählen. Das war alles easy. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt euch vorstellen, mit so einem Wagen ist das überhaupt gar kein Thema. War alles prima. Es gibt so eine Sache, die mir aufgefallen ist oder auch Steve aufgefallen ist, als wir uns in das Auto gesetzt haben. Das soll eigentlich die Message dieses Videos hauptsächlich sein. Für alle, die neu in die Elektromobilität einsteigen und so ein Auto abholen, hat ja VW auf seiner Seite, das finde ich gut, eine Menge Informationen für die, die ihr Auto abholen, worauf man achten sollte, wenn man dann zum Beispiel eben aus der gläserne Manufaktur in Dresden nach Hause fährt. Sei es nach Berlin, das sind so ungefähr 220 Kilometer, sei es gen Westen, sei es gen Süden, wo auch immer man eine längere Strecke hat. Und wer noch kein Elektroauto gefahren ist, wer vielleicht noch keine Erfahrung hat, der mag dann eventuell gleich auf seiner ersten Tour ein großes Problem erleben. Denn es war so, ich bin in das Auto eingestiegen, es wurde uns dann übergeben. Und es war nicht voll geladen, der Lade, ich habe es hier nachgeguckt, die SOC war auf 90 Prozent begrenzt und als ich in das Auto eingestiegen bin, zeigte der mir eine Reichweite von 483 Kilometer. Da musste ich erstmal schlucken, 483 Kilometer. Mir war natürlich im nächsten Moment klar, das fährst du nicht raus, das funktioniert irgendwie nicht. Wir hatten tatsächlich zuerst die Idee, dass die uns versehentlich ein falsches Auto gegeben haben, nämlich mit einer großen Batterie, aber nein, es ist tatsächlich mit der 62 Kilowattstunden Batterie, von dem man ja 58 Kilowattstunden dann nutzen kann. Und er hat es tatsächlich angezeigt und wer jetzt eben das erste Mal in so ein Auto steigt und der sieht das und der brettert auf die Autobahn und fährt los, der mag eine Überraschung erleben. Denn es war so, wir haben den ersten Stop gemacht auf der Rücktour nach 120 Kilometern am Porsche-Werk in Leipzig. Übrigens auch das ist, egal ob man jetzt Petrolhead ist oder Elektronerd ist, was auch immer, wirklich ein Besuch wert. Fahrt mal hin, wenn ihr in der Nähe seid, es ist wirklich echt spacig da und beeindruckend. Aber wir sind auch nicht wahnsinnig schnell gefahren. Wir sind so maximal 120 Kilometern gefahren und ihr wisst, wie es auf den Autobahnen dann ist. Dann pendelt man so zwischen 80 und 120, vielleicht mal zwischendurch ein bisschen schneller. Manche Streckenabschnitte sind freigegeben, andere sind limitiert. Ihr wisst, wie das ist. Ich glaube, wir hatten auf der Strecke einen Durchschnitt von noch nicht mal 80 kmh. Also man kriegt ja diese Geschwindigkeit als Durchschnittsgeschwindigkeit. Viel mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und wir hatten Kaiserwetter. Es war trockene Fahrbahn. Ich hatte natürlich so gut wie kein Gepäck dabei. Also nichts von wegen Urlaubsfahrten mit drei Personen, vier Personen und Gepäck. Also es war wirklich absolut easy. Ich glaube auch nicht, dass wir wahnsinnig viel Gegenwind hatten. Ja, aber was haben wir verbraucht? Wir haben tatsächlich 200 Reichweitenkilometer verbraucht. Der eigentliche Stromverbrauch war mit 15,6 oder 15,7 Kilowattstunden gar nicht so brutal hoch. Hat mich übrigens sehr positiv überrascht. Bei Steve's Ioniq war es ungefähr eine Kilowattstunde weniger. Er hat noch Winterreifen drauf. Also mit Sommerreifen wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen weniger. Hut ab vor dem Wagen. Aber 200 Reichweitenkilometer auf 120 echten Kilometern ist für jemanden, der einsteigt, natürlich erst mal so ein Ding, wo er sagt so, wow, was ist denn hier los? Wie soll ich denn jetzt da meine Kilometer nach Nürnberg oder München irgendwie schaffen? Klar, man muss zwischenladen, das ist klar. Aber das Auto war halt noch auf Werksverbrauch irgendwie eingestellt. Er hat dann nach dem ersten Zwischenladen schon dann bei 90 Prozent nicht mehr 483 Kilometer angezeigt, sondern ich glaube noch 420. Und wir haben dann nochmal einen weiteren kurzen Ladestopp bei Dessau gemacht. Dann waren es bei 90 Prozent, 400 irgendwas. Also er hat dann sozusagen das schon angepasst, schon gelernt. Und trotzdem ist es aber, glaube ich, wichtig und das soll die Message von diesem Video sein, wenn ihr also euch ein neues Elektroauto abholt oder ihr habt noch keine Erfahrung, was ja überhaupt nicht schlimm ist, dann vertraut bitte nicht dieser Reichweitenanzeige, wenn ihr ein neues Auto habt, sondern zieht mindestens ein Drittel davon ab. Insbesondere, wenn ihr vielleicht auch noch widrige Witterungsbedingungen habt, es regnet, es im Winter vielleicht schneit, ihr starken Gegenwind habt oder ihr vielleicht einfach bergauf die ganze Zeit fahren müsst, dann müsst ihr da nochmal kräftig was abziehen. Einfach damit ihr auf der Strecke keinen Schiffbruch erleidet und sucht euch dann rechtzeitig eine entsprechende Schnellladestation, damit ihr einfach gut mit eurem E-Auto zu Hause ankommt. Vertraut also nicht diesen Hinweisen und ehrlich gesagt, ich denke, vielleicht sollte man bei VW auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken, ob man das Auto mit so einer ersten Reichweitenanzeige, die ja erstmal gigantisch ist, irgendwie rausgibt, weil das mag den ersten Frust erzeugen. Wie war das bei euch? Schreibt es doch mal hier jetzt mal in die Kommentare, wie das bei euch war. Ihr könnt ruhig mal auf Pause drücken, dann habt ihr Zeit, euren Kommentar zu schreiben. Also drückt mal jetzt auf Pause. Danke für euren Kommentar, super. Wie war das bei euch? Hat es euch Probleme vorbereitet? Hattet ihr schon Erfahrung mit dem E-Auto? Also war das für euch eigentlich gar kein Problem? Oder seid ihr vielleicht tatsächlich in diese Falle getappt? Es kann ja auch mal sein, dass es eine Straßensperre ist, dass man eine Umleitung fahren muss. Die Autos lernen nach und nach dann die Reichweite. Die Reichweite wird so angepasst, wie ihr fahrt und was so der Durchschnittsverbrauch ist. Das ist übrigens auch bei jedem Auto so ein bisschen anders, wie der das lernt. Er hat es hier so ein bisschen kapiert inzwischen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen. Aber da sollte man einfach aufpassen. Und ich meine, eigentlich müssten die Fahrzeughersteller doch auch die Durchschnittsverbräuche der einzelnen Strecken kennen. Wenn man dann eine Route plant, dass dann das System sagt, nee, ich nehme eben die Daten, die ich kenne von den Fahrzeugen. Die Fahrzeuge haben ja eine Telemetrie, übermitteln ja Daten. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei den Herstellern auf den Servern so viele Live-Daten liegen, dass man die vielleicht in die Reichweitenprognose bei einer Routenplanung durchaus mal mit einbeziehen könnte. Firmen wie VW, Tesla, Nissan, alle anderen, die so viele Fahrzeuge auf den Straßen haben. Da ist doch garantiert jedes Fahrzeug schon mal irgendwo, irgendwo langgefahren. Und diese Daten natürlich anonymisiert, könnte man vielleicht in so eine Prognose irgendwie setzen. Ich sitze jetzt ja hier gerade drin. Ich lade jetzt mal gerade bis 70 Prozent. Und er zeigt mir jetzt 319 Kilometer an. Also ich glaube, dass man das so im innerstädtischen Bereich wahrscheinlich wirklich hinkriegt, aber auf der Autobahn eben nicht. Also da würde mich mal interessieren, wie eure Strategie ist und wie vor allem eure Erfahrungen waren. Ja, ansonsten, was mir natürlich auch noch aufgefallen ist, aber das habt ihr in 10.000 anderen ID.3 Reviews auch schon gesehen, 100 kW Ladeleistung erreicht man natürlich auch nicht. Der erste Ladestop bei Porsche war, glaube ich, bei 58 Prozent SOC. Und die Ladestationen dort waren HPC Charger, zeigte 44 kW an. Ich meine, es ging bis 80, 90 Prozent doch relativ fix. Aber auch das ist etwas, was man den Kunden nochmal extra auf den Weg geben sollte, wo man vielleicht auch ins Fahrzeug nicht so ein Werbeflyer hängt von dem eigenen Naturstromangebot, sondern einfach nochmal so ein Flyer. Ihr kennt das, wenn ihr euer Auto bei ATU oder irgendwo hatte, dann hängt immer meistens irgendwie so ein Anhänger am Spiegel, wo draufsteht. Also bitte bedenken Sie Ladeleistung so und so, dass Sie da also auch keine falsche Einschätzung bekommen. Denn diese Information, 100 kW Ladeleistung, das wissen wir alle, die alten Hasen, das erreicht man ja nur unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten SOC-Bereichen. Da sollte man sich also den Kunden informieren darüber. Wir hatten dem Herrn, der uns das Fahrzeug übergeben hat, dann gesagt, ja, wir haben Erfahrung, wir wissen, wie es läuft. Aber ich weiß auch nicht, wie er reagiert, wenn da Einsteiger sind. Aber ich denke, da muss man klar und deutlich darauf hinweisen, dass die Ladezeit entsprechend deutlich länger sein kann. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ansonsten die ersten 48 Stunden sind fantastisch verlaufen. Ich habe zwar mich einmal total dumm angestellt und habe das Ladekabel nicht aus dem Port rausgebracht, habe mich da auf dem Discounterparkplatz, wo ich geladen habe, wahrscheinlich mehr als lächerlich gemacht, wie Julian an dem Ladekabel rüttelt und völlig wahnsinnig wird, weil er das Kabel nicht rauskriegt, bis er gelernt hat, wie es funktioniert. Ist halt doch bei jedem Auto anders. Also es lohnt sich doch, die Anleitung zu lesen. Und ansonsten, die Familie liebt das Auto, aber ich will über den ID.3 selber nichts erzählen. Das wisst ihr alle, sondern es ging jetzt einfach wirklich mal nur darum zu sagen, wie sind eure Erfahrungen gewesen bei der Erstabholung eures Autos. Schreibt es also, wie gesagt, falls ihr es vorhin nicht gemacht habt, dann doch jetzt bitte mal in die Kommentare. Was würdet ihr euch für Informationen wünschen, wenn ihr euch ein Auto frisch abholt, wenn ihr noch keine Erfahrung habt? Mein letzter Tipp für heute wäre das, was wir schon oft gesagt haben. Macht ausgiebige Probefahrten. Leit euch vielleicht bei einem Elektroauto-Verleiher. Da gibt es ja so verschiedene Firmen, die ihr alle wahrscheinlich kennt. Ansonsten googelt oder bingt einfach danach. Leit euch wirklich mal ein E-Auto aus. Fahrt mal eine längere Strecke damit, wirklich mal so ein, zwei Stunden über die Autobahn. Guckt mal, wie das ist, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Fahrt auf euren normalen Strecken. Macht, wenn es irgendwie geht, Ladevorgänge, Schnellladevorgänge, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das ist. Es ist halt ein bisschen anders als mit dem Verbrenner. Ihr wisst aber alle, dass man sich ganz, ganz schnell daran gewöhnt und es auch dann gar nicht mehr anders eigentlich möchte. Ich überlege jetzt gerade, ob ich aus dem Wagen aussteige oder ob ich einfach mal heute hier drin sitzen bleibe. Unser Hund zumindest gestern, den habt ihr ja auch schon ab und zu mal in den Videos gesehen. Der ist gestern hier in den Wagen reingehopst, hat sich hingerollt und geschlafen, hat gesagt, okay, das ist ja alles prima. In dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt negativ. Ihr wisst, immer schön Tests machen, negativ bleiben. Vielen Dank, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gebt und vielleicht auch ein Abo dalasst, denn das ist dann euer Support und unser Applaus für das Weitermachen. Also herzlichen Dank, euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns vielleicht am Sonntag zur Live-Sendung. Ein richtiges Thema haben wir noch nicht, da wird uns was Spannendes einfallen. Bis dahin, ciao, ciao.